Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja jetzt vor einigen Stunden die 500 Abonnentenmarke geknackt und ich habe mir gedacht, als kleines Dankeschön werde ich ein bisschen was verlosen. Und zwar habe ich mich da einmal die 4-OK-Hülle von Blautel rausgesucht. Die ist iPhone 5 kompatibel. Ich kann die hier mal rausholen, damit ihr die hier mal seht. Ja, ich habe die hier jetzt mal rausgeholt. Die ist aus relativ weichem Plastik, liegt gut in der Hand, also ist eine wirklich schöne Hülle. Dann verlose ich noch eine 15 Euro iTunes-Karte. Damit kann eigentlich jeder, der ein Apple-Gerät besitzt, etwas anfangen und weiter dazu etwas erläutern muss ich natürlich nicht. Wie ihr hier seht, ist die auch noch nicht freigerubbelt. Das heißt, es ist sichergestellt, dass die noch kein anderer benutzt hat. Und dann habe ich hier noch etwas, das werde ich auch noch verlosen. Und zwar einmal die App German X-Code Tutorials. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens nochmal an ApfelsaftTV, der mir die 7 Gutscheincodes, die ich verlosen werde, zur Verfügung stellt. Und das ist eine App, wie ihr ganz, ganz leicht programmieren lernen könnt. Es gibt auch immer Beispiele dazu. Das heißt, wenn ihr jetzt hier irgendwo hingeht, habt ihr hier den gesamten Code und könnt ihr hier auf Vorschau klicken. Und dann bekommt ihr hier direkt eine Vorschau, in diesem Fall jetzt dieses Pop-Up. Dann verlose ich noch eine andere App und zwar deine erste Website. Wie der Name schon sagt, wird einem in dieser App gezeigt, wie man seine erste Website mit WordPress einrichtet. Da gibt es hier natürlich auch verschiedene Lektionen, zum Beispiel, wie man jetzt hier das Design ändert. Aber nun zur wahrscheinlich wichtigsten Frage, wie nehme ich überhaupt teil? Das ist ganz einfach, ihr müsst mich natürlich abonniert haben, dann müsst ihr dieses Video liken und dann müsst ihr nur noch einen Kommentar schreiben, was ihr denn von diesen Sachen gewinnen wollt. Also, ob ihr diese iPhone 5-Hülle gewinnen wollt oder ob ihr die 15 Euro iTunes-Karte gewinnen wollt. Oder, ob ihr einen Gutschein-Code für die App Deine Erste Website gewinnen wollt. Oder, ob ihr einen Gutschein-Code für die App German X-Code Tutorials gewinnen wollt. Das schreibt mir dann einfach in die Kommentare und das Gewinnspiel endet dann an dem Zeitpunkt, an dem ich 555 Abonnenten erreicht habe. Dann werde ich das Gewinnspiel hier beenden und dann werden auch keine weiteren Teilnahmen mehr akzeptiert. Dann werde ich, sobald wie möglich, ein neues Video hochladen, in dem ich dann die Gewinner bekannt gebe. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit und, wie auch gerade schon gesagt, schaut mal auf dem Kanal von ApfelsaftTV vorbei, der mir die Gutschein-Codes für German X-Code Tutorials zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich werde ich auch die Links zur Facebook-Page von Deine Erste Website in die Beschreibung packen. Natürlich haben nicht nur die eine Facebook-Page, sondern ich auch. Das heißt, da könnt ihr auch mal vorbeischauen und mir eventuell einen Like hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und schaut auch mal auf meiner Website vorbei. Ja, das war es schon wieder von diesem Video. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr das einfach in die Kommentare schreiben. Ich beantworte die dann gerne. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer AppleStuffTutorials. Ja, das war es schon wieder von euch. Vielen Dank.